Wie würdest du beschreiben, was der Circle ist? Sagen wir, deiner Großmutter. Das Chaos des Webs wird dadurch eleganter. Temporunde. Paul oder John? Paul in den frühen Jahren, dann John. Mario oder Sonic? Das erste Sonic, sonst Mario. Das Wohl des Einzelnen oder das Wohl der Gesellschaft? Ist beides wichtig. Am meisten fürchtest du? Nicht genutztes Potenzial. Ich glaube fest an die Fähigkeit, das Menschen zur Vollkommenheit. Wenn wir unser Bestes selbst sind, gibt es für uns keine Grenzen. Für den Circle gibt es keine Probleme, die wir nicht lösen können. Wir können jede Krankheit heilen und den Welthunger bezwingen. Ohne Geheimnisse. Mit dem Horten von Informationen und Wissen erkennen wir endlich unser volles Potenzial. Circle, teilt ihr gern? Teilen ist heilen! Wir werden alles sehen. Alles, was passiert, muss bekannt sein. Denkt nur, was das für die Menschenrechte bedeuten kann. Wer sind die Verantwortlichen? Was ist das? Der Circle hat eine Macht, die die Welt verändern kann. Es sind nur die Lügen, die uns Ärger einbringen. Die Heimlichkeiten. Wer dir am Herzen liegt, liegt dem Circle am Herzen. etwas zu wissen ist gut, aber alles zu wissen ist besser. Du flirtest, ich lächle. Ja, wir sind ein Team? Aaaaaah!